der spielstand wurde gespeichert so schön na toll licht kaputt was sind denn das was ist das für ein haus ich mag ja nicht ich will nicht mehr an das haus ich will raus hier scheiß erbe na margarita geht es dir auch so schlecht wie mir ein telefon geh doch mal ran ach nee geht nicht kabel ab was soll das hier die mies diamant was soll ich jetzt mit dem diamant äh oder das ist alles ich meine hier wo soll denn da hä hä war hier ne war hier ne tür alter hier war keine tür hier war ein bild verarscht mich nicht hier war ein bild oh gott ach du kriegst die tür nicht zu da mach die uhr aus boah ich mag nicht hm 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 alter was sind da für so kristalle halleluja aber äh ganz ehrlich äh äh ruhig Hilfe hm 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 ja hm hm mü hm 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 weg ist, weil ich habe nämlich ein bisschen an meiner Hardware noch ein bisschen geschräubelt gehabt, weil ich da was festgestellt habe, dass da was nicht ganz tracker war. Und das habe ich ausgetauscht. Ich hoffe mal, das blöde Knacker ist weg, aber das merke ich dann ja eh im Schnitt. Jetzt haben wir ja noch kragen lassen mit Rotwein. Nein, ne? Mein Gott. Zeitung, gucken, lesen wollen. Warte mal, kann ich Feuer anmachen? Nö. Ach, das... Das... Ich werde das sicherlich nicht hören, aber ich höre gerade irgend draußen in die... in Schrei und ich dachte, das war in dem Spiel hier. Ey, ich muss mich echt einliefern. Ja, ich muss mich echt einliefern lassen. Das ist mies. Die wollen mich alle ärgern. Die wollen mich echt alle ärgern. Sag mal, was ist denn hier drunter? Ach, das sind Couchen, ne? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Naja. Und? Na und nu? Jetzt habe ich diesen blöden Diamanten. Und was mache ich jetzt damit? Ach so, ducken kann ich mich ja nicht. Ruhig, Branner. Ruhig. Da willst du noch einen zweiten haben? Nö. Hä? Ah, guck mal, ein Grafikfehler. Cool. Schau, als Komma. Ja, da mache ich dich kalt. Da mache ich dich eisekalt, Mäuschen. Ah, dann geht's los. Was? Hä? Wie jetzt? Seht ihr das? Hier ist eine Fliege auf dem... Ich dachte ja, weil ich die Fliege auf dem Bündschirm habe. War das mal im Spiel? Okay. Äh. Ähm. 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 Du willst zufällig nicht den Diamanten haben? Nö. Hm. Ich dachte, ich habe gerade Schritte gehört. Aber das waren wahrscheinlich dann doch unsere. Aber ich kann mich nämlich daran erinnern, dass... Ruhig. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass unsere Schritte etwas... Ähm. Wie soll ich sagen? Ja. Mann. Alter. Reiß dich zusammen. Geh doch mal einer an das verkackte Telefon. Oh, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebraucht. Danke. Ja, aber was soll ich mit dem blöden Diamant machen? Hä? Hä? Wie jetzt? Was soll ich mit dem... Hä? Oh. Alter, was... So. Halleluja. Na, ihr schönes Rubinchen. Um ihn zu... Äh. Hä? Muss ich denn hier rein, oder? Ach so. Oh, hier ist aber Kevin. Ne, Jacqueline. Hä? Wenn ich mir da ihre Augen angucke. Halleluja. Ah, Batterien. Sehr gut. Ja, sehr gut. Schrei mich nicht so an. Okay. Schrei mich nicht so an. Was muss ich denn eigentlich machen? Kommen die einfach hier rein, oder was? Oder wie, oder? Hm. 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 ich bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher ob da hier reingehört eigentlich nicht nö was dein ernst den kann ich nicht nehmen den kann ich nicht nehmen ach so na das wird ja jetzt interessant scheiße ich höre schritte es fehlen uns noch ein paar kristalle die türe wird scheinbar durch diesen mechanismus darüber blockiert ja schön für dich erworben was echt jetzt mein ernst oh und was ist wenn ich den woanders rein knall denn macht ja auch keinen sinn wir müssen wie machen wir das jetzt am besten so das geht dahin das geht dahin der strahlt den an der strahlt den an was das ist jetzt muss ich den mal noch drehen irgendwie wohin auch immer auf das ding der strahlt aber da hin warum strahlt denn da hin so ich tausche ich tausche jetzt diesen mit diesen vielleicht geht nicht geht nicht ich 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 Mmh! Hm. 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 Ist das doch eine große Scheiße, sag ich dir. Das tausche ich jetzt mit. Nicht mit dem, das macht keinen Sinn. Den kann ich aber nicht drehen. Hm. 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 Wir brauchen... Nee, der muss... Der muss doch aber da rein. Und der da rein. Nee. Hier rein. So. Jetzt haben wir das bestrahlt. Ach du Kacke. Ah, der wird ja immer komplizierter. Oh Gott. Hm. Hm. Ging ja gerade irgendwas auf. Pass auf, ich renne jetzt mal noch hier mal schnell hin. Halt die Fresse. Irgendetwas wir brauchen noch. Wir brauchen noch Diamanten. Aber wo? Jetzt ist die Frage wo. Danke Mäuschen. Gut. Guten Tag. Was ist, wenn ich dem mit dem tausche? Nein, weiter, kann ich nicht drehen. Okay, schade. Okay, schade. Das macht aber keinen Sinn. Okay. 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 Ah ist das doch eine Rotze.